Singen ist so eine Ekstase. Ich wollte, denke ich, gerne Sängerin werden, sicher. Aber mein Weg war nicht so. Mein größter Verlange war eigentlich Unterricht. Das Suchen nach der Wahrheit. Was ist Singen? Nee, warum sage ich nein, so nicht? Ja, das ist doch krass. Dass ich ein anderer etwas lernen kann, was ich selber noch immer nicht richtig gut kann. Ich würde sagen, Mahlid ist ein bisschen ein holistischer Singenteacher. Es geht mir immer darum, dass es ein zusammengespräch ist. Sie inspiriert jeden Studenten, zu finden, was sie wollen, und dann zu helfen, was sie wollen. So sie ist nicht forstet, jemanden zu tun, was sie ihre Weg tun hat. Bei Margret ist es einfach so einfach. Sie schützt dich irgendwie. Alles ausprobieren. Alles ist gut. Also, ich beurteile dich nicht. Ich bin da, sodass du besser wirst. Ein singender Mensch. Er ist nicht ein Sänger. Das ist nicht genug. Der Mensch muss dastehen. det ist nicht genug. Nein, ich bin zusammen. Danke. Vielen Dank.